Ja, dann mache ich wieder mit Shadow Warrior Kapitel 8, nicht gerade ein Flaschengeist. Ein Flaschenspieler, wenn schon. Suche mich der Flister hin. Hey, 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 mein Handy. Nee, ich bin nicht da. So. Die Muni ist voll, könnte ich mal wieder brauchen. Wahrscheinlich sind wir schon bald Flüster drin und bekommen das zweite Schwert, oder? Soll ich das sehen? Ich bin mir schon krumm. Einmal habe ich so eine Türe auf. Die Frage ist, ob es da weitergeht. Gut, Fried. Nein, da geht es weiter, oder? Das ist wahrscheinlich nur ein Geheimbereich. Geheimnis-Zeugs. Das ist natürlich gut die Fall von diesen Kisten. Wir fragen langsam, ob das Schwert irgendwie auch Ausdauer braucht. Und vor allem, wo sehe ich die Ausdauer ablaufen? Nie noch, oder? Ah, mal, der Rotstreifen. Jetzt habe ich es. Da kommt ein Beispiel. Aber der Schwert-Hipp braucht keine Ausdauer. Ist es möglich? Das auch nicht. Das muss eigentlich nicht gehen. Magie im Kampf. Hä? Nein. Aber sicher. Ist kein Geld gelegene. Schwierig. Das sieht aber auch noch nach. Geheimgang aus. Ja. Oh, das hat sich hier gelohnt. Das hat sich gelohnt. Das hat sich gelohnt. Dann kommt er da noch kaputt. Das hat sich gelohnt. Ich höre jetzt Manga-Maid. Von den... Das war jetzt nichts. Nichts. Hello. Wir sind wieder im... Das wäre so geil, wenn sie auf dieser Qualität... Das alte Spiel hätte eingefügt, wenn man es... Hoffnung ist, wenn es durchgespielt hat, dass du es auf einmal spielen kannst. Das wäre so geil. Der Auflösung. Das originale Spiel drin. Hier, gell? Nimm das. Das habe ich nie kaputt. Das ist wie... Das war wie früher, ja. Ein Bitmapping. Hübsch. Was ist das? Als Stück der Absperrung. Über die Lastwagen habe ich noch nicht in die Luft gesprengt, oder? Müssen wir alles brav sprengen? Jetzt werden die ganzen Budis von hier vorne. Vor allem nicht. Das Medipack sehe ich hier. Medipack auch. Aber ich bin momentan nicht geheilt. Das wäre eine gute Kiste für die Luft zu jagen. Jetzt kann man sie, oder? Ich stehe lieber selber rein. Ich habe aber etwas gebracht. Ich bin momentan. Komm hier! Zuck, 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 zuck. Zuck, zuck, zuck. Ich will sonst alles abwehren. Die sind gut mit denen. Ich will nicht mehr. Oh, Blutmodus. Achtung! Berserker! Berserker! Ist ja doch hässig geworden, aber... Jetzt hat sie doch keine Kraft. Berserker! Und Stern zuerst. Schuriken. Und dann... ...hacken wir das Gefotz weg. Ich kann mal um weniger auf der Welt gehen. Guck mal, da sind alle hier. Gibt es aber alle anderen? Ja, mit Schuriken gehen. Das ist cool, wie du so eine Kurve schiessen kannst. Ja. Hier schaust du. Ich kann nicht rein, wenn es nichts hat. Das Rad kann ich ja nicht drehen. So Sachen kann ich ja nicht kaputt machen. Für was kannst du da rein? Oh, die ist ja kaputt. Schade. Die Musik ist noch nicht weg. Da sind sie noch. Da geht noch was. Die gehen nicht auf. Das Bam Boom. Die Seite einfach schon. Da blinkt es dann schon wieder. Zwei Medipacks. Ja, aber da kann man irgendwie rauf. Die Frage ist, ob ich hier irgendwo rauf muss. Hier kann ich auch nicht rauf, oder? Hier kann ich auch nicht rauf. Jetzt müssen wir nach vorne gehen. Da kann ich mir rauf. Wo bist du? Schweine. Fuckin' Banone, du. Ich bin ein Schnerzler da. Wer lebt man? Ah, ein Flieger. Scheisse, die Scheibe mit den Knallen gehen. Aha. Nein! Nein! Bring it off, pencil dick! So, oh. Gunstschuss, der ist gerade hier oben geblieben. Krass. Geil. Heilung. Heilung. Medik. Mr Heilung. Geil. Oh Gott, das ist hinter mir auch noch alles in die Luft geflogen. Okay, weil wir noch selber haben. Da ist ja etwas aufgegangen. Wenn mir nichts aussert. Der hat es sicher. Das sieht nochmal so aus. Das sind die Schiffe. Das sieht ein bisschen aus wie ein Playmobil-Chef. Oder so. Das sieht ein bisschen aus wie ein Playmobil-Chef. Das sieht aus wie ein Playmobil-Chef. Aber hier. Das sieht aus wie ein Playmobil-Chef. Das geht aus wie ein Playmobil-Chef. Das geht ja nicht. Ich habe den Scheiss explodiert, aber den Gabelstapler nicht. Bevor ich weitergehe. Hier unten war ich auch noch nicht. Halt, halt, halt. Kann ich hier irgendwie runter? Oh ja, schau jetzt. So ist das mit Karma. Ich habe schon die richtige Schale gefunden. Wie kommst du jetzt hier raus? Ah. Ich darf wieder alles umkehren. Das ist der Preis für das Karma. Du musst wieder umkehren. Slip. Ich habe hier nicht verpasst. Hallo. Hallo. Bling, bling, plong. Glückskrex. Wang bleibt wacker. Jetzt bin ich nicht der fauler Zuversicht. Mit Krex. Oh, ach, da muss der Krätsel raus. Oder ist es scheissegal? Wir müssen einfach alle auf die Seite. Der ist, glaube ich, gut. Ach so, nicht. Der noch? Jetzt geht der Letzte. Ist doch richtig. Ich muss nichts mehr machen, oder? Ich drücke jetzt trotzdem hier noch. So. Das Zeigen, das geht nicht, oder? Ich würde mich nicht wundern, wenn da auch noch irgendein Geheimnis aufziehen könnte. Ich bin gerade am Schauen, aber ich sehe nichts. Ich schaue ihn wieder zurück. So. Oh nein. Ja. Noch zwei Waffen oder Fähigkeiten gibt es noch. Das ist so. Ja, es ist gut, oder? Jetzt gehe ich über hier durch. Hier vorne. Ein Karma? Wie habe ich das geschafft? Mit hier vorne zu säkeln? Ja, noch. Das muss ich nicht verstehen. Soll ich das Wissen gerade voll... Das habe ich voll. Im Wissen fällt meist... Bewegung. Mehr. Und das ist wahrscheinlich das Nächste. Ich komme mit der Munition nicht, aber... ...die Klinik. Und das ist wahrscheinlich das Nächste. Ich komme mit der Munition nicht, aber... ...die Klinik. Objekte besser sehen. Ich habe noch viel, was ich noch holen möchte. Karmologie. Jetzt habe ich es trotzdem nicht richtig gemacht. Gibt es hier weiter, oder? Wir checken zuerst alles ab. Und wir wollen nicht irgendwo noch... ...wär es versteckt werden. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein. Untertitelung des ZDF, 2020